Musik Also unsere Strecke ist knapp 3000 Kilometer lang Von Afalderbach nach Kiel, von Göteburg nach Sundsvall Und der letzte Step ist von Sundsvall nach Eierblock Sommerreifen auf Autos Schieben, noch mehr rausschieben Bisschen ungeschickt gewesen Haben wir auch hingekriegt Unmengen von Material, LKW-Vollmaterial Eine Tonne schwere Kisten, die ich hochschleppen muss Ich komme immer noch gerne nach Späden Ich liebe diesen Ort, ich muss hier im Winter sein Mein Ablauf ist natürlich klar Fahrzeug auf die Hebebühne wird hochgehoben Die Räder werden getauscht Dann werden die Abstepphaken eingeschraubt Ich mache noch Aufkleber dran, also sprich Nummern Und dann geht es schon wieder runter und dann kommt der nächste dran Musik Also wir haben dieses Jahr 40 AMGs dabei, also das ist eine Menge Holz Musik Ja, unsere Aufgabe ist, dass die ganzen Tracks zum Layout erst mal festgelegt werden Dann müssen wir im Dezember hier die ganzen Tracks mit den Eismäckern zusammen anlegen Es ist immer echt spannend, wenn man sieht, wie die Tracks dann letztendlich wirken, wenn man sie mit dem Auto fährt Musik Ganz einfach, alles am See, was hier betrifft, ist meine Aufgabe. Es muss von Tracks alles passen, Übungen müssen 100%ig sein, das Feuer muss im Tipi brennen, dass die ankommenden Teilnehmer oder die Projektleiter nicht klein frieren und mein Eismäker ist sehr wichtig für mich, weil ohne ihn geht ja nichts. Bis zum nächsten Mal.